Kommen wir als zweites zu Coffee Table Books. Die Bücher eröffnen Welten, die wir vielleicht nie persönlich erkunden können. Sie transportieren uns an ferne Orte, zeigen uns beeindruckende Kunstwerke und erzählen fesselnde Geschichten. Außerdem sind Coffee Table ein Ausdruck von Persönlichkeit und Interessen. Indem man jemandem ein Buch schenkt, das zu seinen Leidenschaften passt, zeigt man, dass man sich wirklich um seine Interessen kümmert. Sei es ein Buch über Fotografie für den Fotografie-Enthusiasten oder ein Bildband über die Geschichte der Mode für den Fashionista. Diese Bücher sprechen Bände über Personen, die sie erhalten. Passende Beispiele für perfekte Coffee Table Books sind hierbei deswegen beispielsweise Fotogalerien von dem berühmten Fotografen Peter Lindbergh oder beispielsweise im Bereich Mode die Systemzeitschrift.